Sag mal, wie heißt die Show nochmal? Da kommst du nie drauf, wie jetzt? Ach, die Show heißt du? Okay, alles klar. Meine Damen und Herren, zwei Promi-Rate-Teams treten bei Johannes B. Kerner wieder gegeneinander an und das alles für einen guten Zweck. Und es wäre nicht die große Show der schrägen Fragen, wenn es nicht erst recht schräge Antworten gäbe. Freuen Sie sich mit mir gemeinsam auf verrückte Rätsel und die verblüffenden Lösungen. Viel Spaß jetzt bei, da kommst du nie drauf. Und am Samstag nicht vergessen, die Show der Shows, natürlich hier im ZDF.